Ich habe X geschrieben Hallo und herzlich willkommen wieder zu einem neuen Video Und wie ihr schon gerade gehört habt Bin ich im TS, in freiem TS Und ja, wir spielen mal heute PvP Ja und ich wollte auch noch sagen, der Hosono nimmt auch auf Das heißt ich und Hosono nehmen wir da auf Ja und ich habe jetzt Heute mit meinem Server Team Hier eine neue Arena gebaut Und hier werdet ihr Euer Inventar verlieren Also steht auch da drauf Ist eigentlich schwachsinnig Ja Ihr bekommt hier einen Bogen Mit Nicht Geschwindigkeit, sondern mit Leute Das hat mich getötet Ihr bekommt mit Haltbarkeit Minus irgendwas, das heißt ihr könnt es Ihr könnt es nicht Ähm, wieder Äh, wiederholen Okay Also ihr könnt es nicht reparieren Also denkt nicht mehr dran Und, äh, die geht kaputt Und hallo, ich nehme gerade auf Und, äh Sind die, bist du da? Oder wer ist da jetzt gerade? Alter Ähm, der denn nicht will, dass wir euch aufnehmen Dann geht wieder raus Weil wir nehmen hier halt auf Boah, verdammt Alter, wie geil das da gerade ist Warum? Guck mal Dennis Wenn ich mit schlechtesten Auf, ähm Wenn ich mit schlechtesten Einstellungen Mit Fraps aufnehme, ne? Dann habe ich, äh, circa 15 FPS Jetzt habe ich auf Optifine alles hochgestellt Was man hochstellen, schrauben kann Jetzt habe ich, ähm, 25 bis 30 FPS Und ich bin gestorben Also ich habe gerade noch 40er Ping Auf dem Server Das ist eigentlich gar nicht so schlecht Boah, ich habe einen 150er Ping Was ist da los? Boah, du kaufst mir mal einen neuen, besseren PC, Junge Ja, ist ja klar Ich, ich, ich gehe ja jetzt auch arbeiten Damit, äh, ihr Meine Zuschauer Damit ihr auch, äh, endlich mal Zeigt jetzt die VP-Arena Ja, ja, äh, Sniper Aber da kannst du deine Sachen verlieren Da steht aber auch drauf Ja, Hirsch Du darfst doch nicht so oft trocken Äh, drücken wir in dich Boah Nein, Hosono Ich würde mir ein Slash setzen Du kannst dein Home nicht setzen Wappen wir jetzt PvP-Sachen Nein Das wird gelöscht Nicht Geh einfach zur Wapp PvP Und da steht das Du darfst nichts im Invent haben Sonst wird es gelöscht Weil das ein cooles Ein cooler Spielmod ist Den wir gerade erfunden haben Okay Ja, jetzt schlägt der, ne Jetzt schlägt der, der Kleine Scheiße Ich hab 30 FPS, also nix Ah, Bäm, Junge Äh, nee, das weiß ich gar nicht Äh, Hosono Ich würde mal sagen, tschau, gell Autsch Autsch Hier, hier steht Achtung Hier wird dein Inventar geleert Ist aber richtig cool Dein Inventar wird komplett geleert Deswegen würde ich da aufrufen Ja klar Nein Ich bin hier gespawnt Verdammt Geh weg Alter, wie ich weggesprengt wurde Oh, Junge Ich bin jetzt gerade eigentlich voll verwirrt Leute, ich hab voll unfairerweise mein Hohen hier gesetzt Hä, du kannst hier deinen Hohen eigentlich nicht setzen Ja, eh, hab ich schon davor Ja, dann löscht das mal bitte Alter, hier, voll Akkupatik-Skill steigern What the fuck Ja, ja Au Man kriegt Fallschaden Scheiße Ja, nee Das ist ja, das ist ja der Haken dran Das ist ja die Sache Du darfst einfach da nicht irgendwo runterspringen Sondern du musst ins Wasser springen Hey, wir haben mich hier oben abgeschossen, Mann Ich war da Oh, ich kill dich jetzt Genau Ich kill dich jetzt Bäm Oh, Sonno Benner Hehehe 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 Spaß, bitte Du willst uns fliegen, ne Hinter dir ist Hirsch Was? Labert der, Alter Labert der Scheiße, Mann Bäm Hey, Mann Sonno, ich kann dich nicht abschießen Ja, weil ich auch die Taktik habe Der Opel ist Warmschubser Dennis, du sollst dein Dingster ausmachen Ja, nachher Nein, dann, dann tippe dich da nicht hin Weil das ist unfair zu dem Gegenüber dem Player Das war ein guter Schuss Das war ein guter Schuss Ja Flasch What? Ja, Home Servo Home Genau neben mir gespawnt Home? Home ist being removed Nein Sind du Hehehe Ich bin neben dir gespawnt Du musst von Spawn direkt weggehen Sonst hast du Probleme Das war ja Fail Machst du Video, Osono? Ja, ich mach grad Video Und Dennis macht auch ein Video Aber Dennis kennt keiner Ey, mich kennt Das ist eine Wahrheit, Mann Ich hab 15 Abonnenten, ja Ja, Osono Weißt du, wie viel zu viel los ist, um da hinzukommen? Haa Das ist der Schwab PvP Achso Und dann auswählen Bäm, Junge Ich kann dich immer nicht anhitten Achso, man kann nichts tropfen Wollte ich nur so kurz ansagen Ich treffe so noch nie Ja, weil ich auch springe Wow, jetzt hat's übergelegt Das wär gerade Wie süß Wie süß Wie du Du hast ja auch weit geworfen Geschoss Bäm, Junge Meine Skates Ich glaub' ich schon Warte Ihhh Loll Ah, verdammt Jetzt bist du gerade gesprungen Nein, wie ihr, wie ihr mich Einfach schon Hilfen Ohohoho Alter, das ist übelst Wenn man angeschossen wird Dann wird man so weggekönnen Ich hab mich selber angeschossen Nein Alter, Jojo Hackt Ciao, Junge Loll, wie knapp das ist Warte Achso, Leute Wenn ihr das mehr Mehr sowas sehen wollt So PvP Action Äh, auf Ähm Dann Könnte ich das gerne machen Öfter Einfach die Bewertung machen Also wie Wie bei Anti-Grief Äh, Video Alter, Leute Ihr habt in zwei Tagen Zehn Daumen hoch gemacht Das ist für mich Äh Keine Ahnung Das ist Extrem Viel für mich Ja, und Äh Wenn ihr so bewertet Dann weiß ich auf jeden Fall Dass ich da fortsetzen soll Und Ja Loll Äh, Jackis Loll Voll Geh Äh Lang Ja, komm schon Loll Autsch 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 Ins Wasser Ins Wasser Nein Ins Wasser Oh, geschafft Ja, komm Das kenne ich Cindy Da redet man da mit so ner Wand Und überlegt sich Ja Kann einer bitte die Boxen ausmachen Ich höre die Sachen vom anderen Aber ich höre sie ja Das ist doch nochmal was Einer Oh, das war knapp Herrsch, komm her Ah, Mann Cindy, komm her Oh, in der Luft Äh, Hosona Ja Ja Pass auf Oh Mann Das war so knapp Nix, ey Hier, pass auf Oh Mann Ich halte jetzt die Taste gedrückt So, keine Lust Der macht doch direkt Dauersendung Oder Boah Herrsch, in der Luft Schon wieder mal Meine Skills werden hier gezeigt Bei mir auch nicht Nein Nein Verdammt Springt er mich an Und dann kommt Boah, war knapp, Alter Das war knapp von dir Nein 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 Ah Loi Jetzt kommt der Jack doch angerannt So Dauersendung Ich kenne dich aber trotzdem Achso, denn Dennis Ich mache das jetzt so Dem Let's Play Ding Ich höre mich doppelt Cindy Ja, das ist ja von Cindy Das fühlt mich ja so aus Ja, du musst leider Auf Dingster machen Auf Spracheaktivierung Sonst musst du auch wieder Auf Push to Talk Wenn du nicht Dingster machen Alter, das ist nervvoll Ich kann nicht reden Wenn ich mich doppelt höre Ich kann nicht tun Entschuldigung Cindy, aber ich muss nicht Das geht für die Aufnahme Das bin ich gar nicht Wer ist das dann? Weiß ich nicht, ich will es aber nicht Bei wem ist das? Ich kann gerade leider nicht gucken Wegen der Aufnahme Ich kann nicht weggehen Das macht selbst eine neue Datei Ich habe auch Fenstermodus da Das funktioniert dann Ganz normal Und wenn es Vermehrt Was? Du hast zwei Hits ausgeschaltet? Okay Sachtkacke Soson, kannst du mit deinem Cheat-Modus Slash Day machen? Was? Nein Nacht ist doch eben Es wird sogar Only Nacht Oh! Nein! Okay Leute, dann wird dir das wegen den Shade ein bisschen schlecht sehen Damit das Epic aufs Oh, YouTube verdunkelt das, ne? Das weißt du Achso, auch noch? Haha, YouTube verdunkelt deine Videos Ja, da sieht man auch schon fast gar nichts Das ist bei den Höhlen voll schlimm Bei den Let's Plays Juhu! Äh, und, äh, nicht Hirsch Ähm, Dennis, ich mache, glaube ich, ein Let's Play so, dass, ähm Immer Leute mich besuchen dürfen Dürfen Aber nicht zweimal hintereinander Ja, Soson, wir können ja mal zusammen so Aufnahmen machen Nee Fuck Ja, wenn, also wenn die Leute das gut bewerten, dann schon Aber wenn nicht, dann, dann nicht Ja, bei mir ist Also alle Hoson das Video anklicken und, äh, einen Daumen um da lassen Es kommt drauf an Äh, weil, äh, natürlich muss es jetzt nicht so aussehen wie beim letzten Video Äh, das war ja krass Fuck Ey, ich hab gerade gekämpft, ja Ach, verdammt Ich bin einfach null Treffer, ey Boah, in der Luft, ey Oh, nein, 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 nein Ah, verdammt, jetzt bin ich hier angewundet, angewundet Ich schon Aber sowas von geil Kannst du ja eine Aufnahme sehen, aber Oh, nee Das mache ich aus, das mache ich aus Alter Wer hat, wer hat den Regen daran, dass tut weh Das tut weh Wir geben, Leute, wer ist das? Wer hat dieses Dauersendung? Ja, ich schon nach Sehen die, Mann, deswegen hab ich den noch gemutet Ah, jetzt hab ich's gleich weg aussehen gemacht Sag Ja, jetzt ist Dauersendung weg Ich hab so'n Warschuss Loll Ich hab Schwindel, was ist das denn? Ja, weil, wenn du, äh, falsch getroffen wirst What? Oh Gott, ey Voll wegge... Alter, das ist voll noch gut, bist du, ich bin gut Ah, scheiße, Mann Zögern, ich hab gezögert, man darf nicht zögern Ähm, sind die Indien? Ja Ähm, das bist du, ähm, könntest du bitte einfach Kopfhörer benutzen oder Push-to-Talk Nein, Push-to-Talk geht nicht, dann vergess dich immer zu drücken Ja, das musst du aber Weil sonst hört man das übel und in der Aufnahme erst recht Und das ist relativ blöd, wenn dann plötzlich so ein Rauschen kommt Boah Bei mir ist gar kein Rauschen Doch Man hört alles doppelt Hast du Lautsprecher? Achso, du hörst... Ja, wenn du es erst recht Wenn du das nicht hörst, dann bist du erst... Ja, Entschuldigung, ich hab halt Hexen an, ne? Kannst du auch ein Video umgucken? Ich hack hier grad, ich hab Minecraft Input Boah Was soll denn? Benutzt kein Nodus Nodus bringt kaum was Du siehst die Flugbahn, die kannst du aber auch selber ausrechnen Guck, guck, guck euch das Video an, ich hab grad Nodus uns Ähm, Cindy Was? Du bist das, du musst... Ich grech mindestens alle vier Sekunden mindestens ein A-Reißer und denke Ähm... Ah, ah, wieso ist das bei uns da neben mir? Ah, ich muss weg, ich muss weg Wo bist du? Du bist da Ah, verdammt Ah, verdammt Wenn du meinen, ähm, YouTube-Link unter deinen Beschreibung machst, dann mach ich auch deinen YouTube-Link unter meine Beschreibung Weißt du, dass du es, äh, dass du es grad voll falsch machst? Was bringt mir das? Was bringt mir das, wenn du, wenn, wenn mein Link bei dir ist, steht? Ich hab schon ein paar Zuschauer, also... Du hast 15 Abonnenten Du hast 15 Abonnenten, das heißt vielleicht drei Zuschauer oder so Was denn? Sind die, ähm... Bei dir hört man alles, was du tust Ja, das nervt etwas Man hört deine, dein Regen, bla bla, etc. alles Mein was? Dein Regen, dein, dein Minecraft-Sound hört man Ja, du hörst es ja nicht, genau deswegen, ja Du hörst es nicht, wir hören es schon Und die Aufnahme... Leute, das war's für heute Ich mach vielleicht noch ein Video, aber fürs Erste gerade nimmer, für diesen Tag... Ja, jetzt, jetzt ist wieder dieses, äh, Krisen da So, besser! So... Im Moment... Ist gut... So... Weiter geht's! Bäh! Ja, geschafft! Jetzt ist es weg! Ich, ich schieße dich immer auf der, äh, von der Luft Kannst du deine Aufnahme sehen, das ist voll episch Ah, verdammt, ey, jetzt seid ihr alle da irgendwie... Lol, das war ja übelst, Alec Ich finde es unfair, dass ich keinen in der Luft abschießen kann, wenn ich raff Also, der bekommt keinen Schaden von mir Komm her, komm her! Nicht, Jono, nicht! Nein, ich hab dich eigentlich getroffen, meiner Meinung nach Was denkst du, soll ich das Video heute noch hochladen und eher morgen, weil ich glaub, jetzt ist es schon zu spät, oder? Wie? Ich lass... Ich wurde geröstet! Kannst du auch machen, du kannst... Achso, du hast ja dieses Dings da nicht, na egal Mach einfach Ich hab kein Auto, Dings, Müsse Boah, besto, da ist einer Ja, hab ich gehört, Schuss, ja Ja, natürlich Ah, verdammt, verdammt, ich wurde übelst angeschlagen Komm her! Nein! Ah, verdammt! Wir müssen mal noch... Wir müssen mal noch mehr Spielmodi erfinden Ah, verdammt Ja, warte kurz Können wir nachher besprechen, wenn ich die Aufnahme geendet habe Okay, noch der letzte Kampf Wenn ich sterbe, nehm ich nicht mehr auf Also, dann stoppe ich die Aufnahme Damit ist alle auf Osono Alle auf Osono Nein, dann ist die Aufnahme länger Wenn... wenn er nicht stirbt Nicht! Nicht auf Osono, dann wird die Aufnahme extra ewig Okay Ja, genau Cindy, nicht auf Osono, nicht auf Osono Cindy Warum? Bäm, Cindy Nee Die Leute, die mich töten wollen, werden bestraft Ja, wir wollen dich ja alle gar nicht töten Ja, aber... äh... Wollt ihr lange... lange im Video sein, oder was? Ja Toll, super Wir möchten deine Zuschauer unterstützen Wir sind ja nett Wieso... so ein 20-minütiges Video ist auch scheiße Nein, das ist voll, gell? Guckt sich keiner an bis zum Ende Osono, verabschiede dich! Osono, verabschiede dich! Osono, verabschiede dich! Ah, verdammt! Guck dir nicht! Ihr habt mich doch getötet! Heul, heul, ich hab den einfach mal abgesch... Im Wasser! Nein! Okay, ich bin jetzt schon gestorben, Leute Äh... bis dann Und... Ciao, Leute! Ciao! Ciao!